Kunst geht in den Menschen ein und der Mensch geht in die Kunst ein. Der Mensch braucht als Lunge den Wald, als Sauerstoffquellen. Er braucht nicht mal als Nahrung das Korn. So braucht er die vielfältige Tierwelt zum Fruchtbarwerden der Erde. Also da er das alles braucht, braucht er diese Natur und auch das Tier, wie er sein Herz braucht, wie er seine Leber und seine Lunge braucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017